Willkommen zum zweiten Teil unseres Kapitels Minimale Spannbäume innerhalb der Vorlesung Algorithmen Engineering. Wir wollen uns heute zunächst anschauen, wie man diese Filteroperation, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben, auch dann verwenden kann, wenn die Kanten gar nicht sortiert sind. Und das ist die Grundlage der theoretisch besten Algorithmen für minimale Spannbäume. Wir betrachten aber hier zunächst einen stark vereinfachten Algorithmus, der für sehr dichte Graphen trotzdem Vorteile bringen sollte. Wir werden das dann auch einigermaßen demonstrieren. Die Idee ist jetzt, Filtern nicht bezüglich einer Teilmenge besonders leichter Kanten zu machen, sondern bezüglich einer zufällig ausgewählten Teilmenge R von Kanten. Nun bestimmt man zunächst den minimalen Spannbaum des Samples, beziehungsweise das ist dann ein Minimum Spanning Forest, weil der halt im Allgemeinen nicht mehr zusammenhängend ist. Und jetzt kommt wieder so eine Filteroperation, bei der man alle Kanten anschaut. Nehmen wir jetzt mal an, dass dieser Wall tatsächlich zusammenhängend ist. Sonst gibt es Spezialfälle, die aber leicht behandelbar sind. Jedenfalls, wenn das Ding zusammenhängend ist, dann bestimmt jede Kante zusammen mit diesem Baum genau einen Kreis. Und jetzt kann ich die Kreiseigenschaft verwenden, um zu sagen, aha, wenn das die schwerste Kante auf diesem Kreis ist, kann ich sie ignorieren. Und sonst muss ich sie mir halt merken als leichte Kante in der Menge L. Und dann genügt es, den minimalen Spannbaum-Algorithmus aufzurufen auf der Vereinigung der Menge der leichten Kanten und diesem Minimum Spanning Forest, den ich hier bereits bestimmt hatte. Das kann man analysen, wiederum mit diesem Sampling-Lämmer von Chan. Das ist hier jetzt ein bisschen anders aufgeschrieben. Deswegen, wir hatten beim letzten Mal gesagt, die Überlebenswahrscheinlichkeit einer Kante ist n durch r. Wenn ich das mit m multipliziere, ist der erwartete Anzahl leichter Kanten m mal n durch r. So, das Problem, das ich mit diesem Ansatz habe, ist, ich muss schwerste Kanten auf Kreisen finden. Oder genauer gesagt, ich habe eine neue Kante, die schließt einen Kreis. Ich muss also eine schwerste Kante auf einem Pfad finden. Der könnte im Allgemeinen ziemlich lang sein. Und den abzulaufen würde lange dauern. Ich brauche also eine Datenstruktur, die mir die schwerste Kante auf einem Kreis oder Pfad sehr schnell liefert. Und genau das ist die Magie hinter den fortgeschrittensten MST-Algorithmen. Wir wollen hier eine Variante uns anschauen, die die Quillen sehr schnell macht. Und dafür aber einiges in der Vorberechnung mehr investiert als die besten bekannten Algorithmen. Insbesondere investieren wir hier superlineare Zeit, indem wir als Vorberechnung wiederum den Jarnik-Prima-Algorithmus verwenden. Also für das Random Sample, das wir wählen, verwenden wir keinen so asymptotisch effizienten Algorithmus. Der uns aber Zusatzinformationen liefert, die die Berechnung dieser Datenstruktur vereinfacht. Und zwar nummerieren wir die Knoten jetzt um. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie vom Jarnik-Prima-Algorithmus zum MST hinzugefügt werden. Und insbesondere sei nun WI, das Gewicht führt hat, das ist eine Kante des MST des Samples. Und die führt zum Knoten I, der andere Endpunkt ist Teil des Cuts, zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt machen wir eine frappierende Beobachtung, dass nämlich für beliebige Knoten U und V haben wir ja in diesem Minimum Spanning Tree einen Pfad, der U und V verbindet. Aufgabe, überlegen Sie sich, was passiert, wenn die nicht verbunden sind, was macht man dann? Aber das kann man relativ leicht wegdiskutieren in diesem Fall. Was ist also das schwerste Kantengewicht auf diesem Pfad? Und wir behaupten, das ist einfach das schwerste Kantengewicht auf dem Intervall von WIs zwischen U und V. Genauer gesagt, das exklusive Intervallmaximum. Gucken wir uns mal zwei Beispiele an. Wenn U gleich 0 und V gleich 8, dann maximieren wir über diesen Intervall. Wir sehen, aha, das Maximum hier ist die 5. Das ist ein bisschen überraschend, weil wir hier über zum Beispiel auch diese beiden Werte maximieren, die gar nicht auf dem Pfad liegen. Machen wir damit nicht einen Fehler? Ja, die Antwort lautet Nein, weil das müssen kleinere Gewichte sein als dieses Maximum hier, weil sonst dieser Knoten vor dem besucht worden wäre und dann die auch nicht in dem Intervall liegen würden. Umgekehrt nehmen wir uns mal einen anderen Fall vor, die Verbindung zwischen Knoten 4, zwischen diesem Knoten und diesem Knoten. Da maximieren wir über diesen Intervall. Da ist es nun so, dass wir tatsächlich Kanten überhaupt nicht in dem Intervall drin haben, obwohl die auf dem Pfad liegen, wie hier diese Kante mit Gewicht 4. Das ist aber auch nicht schlimm. Wiederum, weil wir die Garantie haben, dass eine schwerere Kante da auch noch drin ist, die das überdeckt, aufgrund der Eigenschaften des Janik-Prima-Algorithmus. Formale Beweise möchte ich Ihnen hier ersparen. Die Berechnung von Intervall-Maxima ist nun ein deutlich strukturierteres Problem als das Verfolgen von Kantengewichten lang von Pfaden. Aber auf den ersten Blick gewinnen wir hier asymptotisch nichts, weil wir immer noch über viele Werte maximieren müssen. Und wenn wir das naiv implementieren, indem wir einfach über so einen Range drüber scannen, gewinnen wir asymptotisch nichts. Das kann immer noch sehr lange dauern. Nun gibt es aber für die Berechnung von Intervall-Maxima sehr ausgefeilte Datenstrukturen, die es uns erlauben, Queries in konstanter Zeit auszuführen. Wir nehmen hier wieder eine Variante, bei der wir auch die konstanten Faktoren der Queries sehr stark optimieren und bei der Vorberechnung und auch beim Platzverbrauch bereit sind, einen logarithmischen Faktor zu verlieren, verglichen mit den besten bekannten Algorithmen. Was wir machen, ist das folgende. Unsere Vorberechnung berechnet grob gesagt Intervall-Maxima für eine ganze Anzahl von Intervallen vor und aus diesen setzen wir dann beliebige Intervalle zusammen. Da gibt es viele Ansätze dafür. Wir wenden hier einen besonders einfachen an. Schauen wir uns erstmal den Fall an, wo U in der linken Hälfte der Knotenindizes liegt und V in der rechten Hälfte. Dann können wir die Tabelle verwenden, die in der obersten Schicht dieser Datenstruktur dargestellt ist. Was wir hier machen, ist, wir berechnen in der linken Hälfte Postfix Maxima der Datenstruktur. Hier unten sehen Sie übrigens nochmal die Eingabe. Das heißt, dieser Eintrag ist einfach dieses Element, 56, dieser Eintrag ist das Maximum über diese beiden Elemente, dieser ist das Maximum über diese drei Elemente und so weiter. Sie sehen hier 56, dann kommt ein neues Maximum, 75, das bleibt eine Weile das Maximum, dann finde ich hier die 98 und dann bleibt es bei 98. In der rechten Hälfte berechne ich Präfix Maxima, beginnend in der Mitte. Das heißt, hier steht einfach die 34, hier steht das Maximum von den beiden Werten. Die 77 ist nochmal größer. Jetzt habe ich hier die 41, die ist aber kleiner, die 77. Es bleibt also ganz lange bei der 77, bis ich hier die 80 finde. Wenn ich jetzt also einen Query-Intervall habe, der U in der linken Hälfte und V in der rechten Hälfte habe, nehme ich einfach diesen Eintrag, der gibt mir das Maximum bis zur Mitte und den Eintrag dort, der gibt mir das Maximum ab der Mitte und nehme das Maximum dieser beiden Werte und habe damit das Maximum für das Intervall, das ich habe. Oder anders ausgedrückt, dieses Array der Größe n hilft mir, Queries zu beantworten für n halbe mal n halbe mögliche Query-Endpunkte. n halbe hier mal n halbe hier, das sind n Quadrat Viertel. Ich kann also durch zwei Table-Lookups in konstanter Zeit zusammensetzen meine Query. So, jetzt kann man sich überlegen, es kann natürlich sein, dass beide Endpunkte in der linken Hälfte liegen, beide in der rechten Hälfte und so weiter. Was man braucht, ist mehrere solche Tabellen, die immer feiner aufgelöst sind. Also für die linke Hälfte baue ich dann wieder zwei solcher Tabellen, die ich dann rekursiv immer weiter unterteile. Ich kriege also logarithmisch viele Levels. Und wenn ich eine Query habe, muss ich jetzt erstmal gucken, in welchem Level bin ich. Zum Beispiel das Maximum des Ranges zwischen Position 2 und Position 6. Sehe ich, aha, da kann ich in diesen Level hier gehen. Schnappe mir hier die 98, da die 75, das Maximum davon ist die 98. Und ich habe den korrekten Wert hier berechnet durch zwei Table-Lookups. Wie funktioniert das allgemein? Man kann sich mit so ein bisschen Bitfummelei davon überzeugen, dass der richtige Level sich berechnet als der Zweier-Logarithmus von des bitweisen Exclusive-Or der beiden Indizes. Also, um das so ein bisschen zu verstehen, das Exclusive-Or blendet ja alle gleichen Stellen aus, insbesondere gemeinsame Nullen oder Einsen werden ausgeblendet. Der fertige Bit dessen, was übrig bleibt, ist dann sozusagen der erste Unterschied. Und dieses Log 2 haben wir schon gesehen, das ist im Prinzip dieses MSB-Post-Ding, das wir bereits bei den Vanemde Boastries als nützlich gesehen haben. Das liefert uns dann sozusagen die Größenordnung der Differenz zwischen den beiden Schlüsseln. Und das ist gerade der Level in dieser Datenstruktur. Das heißt, wenn ich jetzt konkret Max-A-I-J, also das Range-Maximum zwischen I und J im Array A haben will, berechne ich erstmal diesen Level als MSB-Post-I-X-OR-J. muss dann in Level L diese beiden Look-Ups machen und bilde davon wiederum das Max-A-I-J. Beispiel für unseren Intervall 2 bis 6. 2 hat die Binär-Codierung 0, 1, 0. 6 hat die Binär-Codierung 1, 1, 0. Das X-Or davon ist 1, 0, 0. Das heißt, Bit 2 ist das Most Significant Bit. Das ist mein Level. Das ist der hier. Ja. Jetzt habe ich einen Algorithmus, der folgende Analyse hat. Wir setzen jetzt mal die Sample als die Wurzel von M mal N. Wir werden gleich sehen, warum das nützlich ist. Wir kriegen jetzt erwartete Zeit für unseren Algorithmus von, naja, wir lassen den Prim-Algorithmus auf das Sample los. Dann bauen wir in Zeit N-Log-N diese Filterdatenstruktur, können dann jede einzelne Kante in konstanter Zeit filtern. Und das Sampling-Lemma sagt uns, dass die Anzahl überlebender Kanten M mal N durch R ist. Das war Wurzel M durch N. M mal N durch Wurzel M mal N ist wieder Wurzel M mal N. Ich habe also hier so eine gewisse Balance. Darauf mache ich wieder den Prim. Ich muss also zwei ungefähr gleich große Instanzen mit Prim bearbeiten. So, für den T' von Wurzel M N kriege ich eine Funktion, die ist N-Log-N plus O von Wurzel M N. Da ist das dann Lower Term, Order Term verglichen mit dem M, das ich hier habe. Ich habe also in allen drei Komponenten so ein O von N-Log-N-Term mit auch nicht einer kleinen Konstante. Aber das Einzige, was wirklich asymptotisch von M abhängt, ist diese sehr schnelle Filteroperation, dieser Look-Up in meiner Range-Maximum-Datenstruktur. Das heißt, der konstante Faktor vor dem M ist sehr klein und davon hoffe ich in der Praxis zu profitieren. Schauen wir uns nun Experimente dazu an. Das sind wieder einmal relativ alte Experimente, bei denen ich aber glaube, dass das auch auf einem modernen PC zumindest das hier ein ähnliches Ergebnis liefern würde. Natürlich alles ein bisschen schneller. Wir gucken uns einen 10.000-Knotengrafen an und variieren jetzt die Kantendichte. Wir reden jetzt über wirklich sehr Dichte-Graphen. Eine Kantendichte von 0,1 bedeutet so etwas wie einen durchschnittlichen Knotengrad von 1.000. Das ist bereits viermal dichter, als das Dicht der letzten Vorlesung als Dicht bezeichnet habe. Also das hier wären dann fast vollständige Graphen. Tatsächlich gibt es aber MST-Instanzen, die so aussehen. Kann also durchaus interessant sein. Und wir gucken uns aus, das sind zwar von der Struktur her Zufallsgraphen, aber die Kantengewichte sind so gewählt, dass Prim's Algorithmus in jedem Schritt eine Decree-Ski-Operation durchführen muss. Wir vergleichen uns mit dem Janik Prim hier. Und da sehen wir, dass wir in dem Fall für sehr dichte Graphen tatsächlich einen deutlichen Gewinn verbuchen. So etwas wie einen Faktor zweieinhalb in der Zeit. Und beachte der Bereich, in dem ich mich beim letzten Mal bewegt habe, der wäre eigentlich hier. Also für sehr dünne Graphen ist das sicherlich nichts, weil man ziemlich viele N-Log-N-Terme aufeinander stapelt. Und das ist erst bei recht dichten Graphen sinnvoll. Aber es geht hier vor allem um einen Proof of Concept. Können diese Constant-Time-Query-Datenstrukturen überhaupt helfen für die Performance von MST-Algorithmen in der Praxis? Und das ist uns hier halt gelungen. Zum Vergleich, das Ganze mit zufälligen Kantengewichten haben wir immer noch einen kleinen Laufzeit-Vorteil, der aber jetzt nicht mehr so super beeindruckend ist. Und auch, finde ich, eine Messung auf einem Vektorrechner, die wir gemacht haben. Diese Maschinen sind nicht mehr ganz so up-to-date. Allerdings war das mal die Method of Choice für Number Crunching. Die Firma NEC baut immer noch Erweiterungskarten, die vermutlich ähnlich aufgebaut sind. Und ich erwähne das deshalb, weil ich nicht glaube, dass Modernes wirklich die letztgültige Architektur für High-Performance-Computing sind. Insbesondere hatten diese Vektorrechner eine ganz tolle Eigenschaft. Die konnten nämlich Random-Memory-Accesses machen mit 100% Speicherbandbreite. Moderne CPUs brechen da um Faktor 100 ein, wenn sie Random-Accesses statt sequenzielle Accesses machen. Nicht so diese Vektorrechner. Moderne GPUs haben zwar eine viel größere Speicherbandbreite als CPUs, haben aber bei Random-Accesses auch Riesenprobleme. Deshalb finde ich es nach wie vor interessant, sich mal an, wenn wir so einen Algorithmus auf einem Vektorrechner einsetzen. Das wird ja dominiert durch diese Filteroperation, die im Wesentlichen Random-Accesses auf diesen Intervall-Maximum-Tabellen durchführt. Und das kann diese Maschine halt sehr schnell. Und jetzt gucken wir mal, was das bedeutet. Wenn ich den Janik-Priem direkt implementiere auf dieser Maschine, da konnte man dann dem Compiler sagen, tu mal so, als wärst du eine normale CPU, mach skalare Berechnungen. Dann kriegt man Laufzeiten pro Kante, die etwa beim vierfachen Destlin liegen, was eine damalige preiswerte Workstation gebraucht hätte, mit einer Maschine, die das hundertfache kostet. Durchaus beeindruckend, langsam. Wenn man dann sagt, ja jetzt bitte automatisch vektorisieren, kriegt man leichte Performance-Verbesserung, ist aber immer noch viel langsamer als eine normale CPU. Während, wenn wir unseren Intervall-Maximum-basierten Algorithmus nehmen und den dann vektorisieren lassen, kriegen wir eine Beschleunigung von etwa einer Größenordnung gegenüber dem Janik-Priem-Algorithmus. Was also dann zeigt, dass man auf dieser Maschine durchaus vernünftige Performance für MST-Berechnungen erreichen kann, aber eben mit einem passenden Algorithmus. Dieser Intervall-Maximum-Algorithmus funktioniert also vor allem auf sehr, sehr dichten Graphen, auf denen man vielleicht auch nochmal andere Dinge tun würde. Wir wollen uns jetzt weitere Algorithmen anschauen, die auf sehr großen, dünnen Graphen gut funktionieren und brauchen deshalb weitere Techniken zum Entwurf von MST-Verfahren. Zentral ist hierbei die Kantenkontraktion. Wir benutzen folgende Beobachtung. Wenn UV eine MST-Kante ist, kann ich V eliminieren, indem ich sage, ich streiche diesen Knoten raus und die Kanten, die inzident zu dem gelöschten Knoten sind, werden mit dem anderen Ende verbunden. Das nennen wir Relinking. Dann würde zum Beispiel aus diesem Graph mit vier Knoten, wenn ich die Kante 1, 2, 5 kontrahiere, dieser Graph mit drei Knoten werden. Die Kante selber brauche ich nicht mehr. Die ist ja sozusagen Self-Loop und bereits ausgegeben. Aber diese Kante 2, 3 wird Relinkt von 3 nach 1. Was ich tun muss, ich muss mir merken, wo die ursprünglich dran hing. Wenn ich das aber getan habe, genügt es nach der Kontraktion, den MST dieses kontrahierten Graphen zu berechnen. Wenn ich eine MST-Kante identifiziere, werden die ursprünglichen Endpunkte ausgegeben und ich kann sozusagen durch die Kantenkontraktion mein Problem immer weiter zusammendampfen, um zu effizienten Algorithmen zu kommen. Am bekanntesten als Algorithmus, der diese Kontraktions verwendet, ist Borufkas Algorithmus. Den werde ich jetzt nicht als Self-Contained-MST-Algorithmus vorführen, sondern seine wichtigste Operation, die keinen kompletten MST berechnet, sondern die Anzahl Knoten um einen Faktor mindestens 2 reduziert. Was Borufkas Algorithmus macht, er findet für jeden Knoten die leichteste inzidente Kante. Man weiß aufgrund der Cut-Property, das ist eine MST-Kante. Die können dann ausgegeben werden und sie werden kontrahiert. Und das Ganze kann man in Zeit O von M machen. Schauen wir uns dieses Beispiel an mit 5 Knoten. Jeder sucht sich die leichteste inzidente Kante. In dem Fall sind sich die Knoten 1 und 2 einig, dass das die Kante zwischen ihnen ist. Genauso die Knoten 3 und 4, während Knoten 5 diese weitere Kante hier identifiziert. Diese blauen Verweise kann man jetzt wiederum als Kanten eines Graphen interpretieren. Und die dadurch definierten Komponenten kontrahieren wir nun mittelsukzessiver Kantenkontraktion. Darauf ist das basiert. Was ich Ihnen jetzt aber vorstellen will, ist ein anderer Knotenreduktionsalgorithmus, der in gewisser Weise einfacher ist und sich schneller implementieren lässt und der vor allem dann eine Basis sein wird für einen External-Memory-MST-Algorithmus. Dieser Algorithmus kontrahiert eine Kante nach der anderen und das macht die Kontraktionsprozess schon mal einfacher. Ich zeige hier eine Schleife, die beginnt mit einem Graphen der Größe n und beseitigt jeweils einen Knoten, bis nur noch n' Knoten übrig sind. Die Schleife wählt jeweils einen zufälligen Knoten v aus, bestimmt dann die leichteste inzidente Kante von v und gibt sie aus und kontrahiert dann die Kante UV. Jetzt analysieren wir mal diesen Algorithmus. Es ist ziemlich wichtig, dass wir hier einen zufälligen Knoten wählen, weil erst dadurch können wir für beliebige Eingaben gute Leistungsgarantien geben. Man kann sich nämlich relativ leicht überlegen, dass der Erwartungswert des Grads von V kleiner gleich 2M durch I ist, wenn I die Anzahl verbleibender Knoten ist. Warum das so ist, überlegen Sie sich vielleicht mal. Eine andere Aufgabe wäre, sich zu überlegen, warum es eine schlechte Idee ist, eine deterministische Reihenfolge zu wählen, beziehungsweise sich vielleicht zu überlegen, wie eine Eingabe aussähe, bei der das ziemlich schief geht, hier die Knoten einfach in fester Reihenfolge von 1 bis, von n bis n' zum Beispiel zu verwenden. Jedenfalls, wenn wir uns überzeugt haben, dass der erwartete Grad von V kleiner gleich 2M durch I ist, können wir uns ebenso leicht davon überzeugen, dass der Arbeitsaufwand in der I-Iteration proportional zum Grad von V ist, weil das hier geht in konstanter Zeit. Leichteste Kante finden ist proportional zum Grad und Kontraktion ebenfalls, da muss ich ja im Wesentlichen durch die Kanten durchgehen und sie relinken. Also was ich jetzt ausrechnen muss, um die asymptotische Arbeit dieser Knotenreduktion zu bestimmen, ich summiere von n' bis n, interessanterweise jetzt in umgekehrter Reihenfolge von dieser Schleife, diesen erwarteten Grad 2M durch I. Ich kann das 2M aus der Summe rausziehen, weil das davon ja unabhängig ist und ich spalte die Summe in eine Differenz auf, Summe von 0 bis n, 1 bis n, 1 durch I bleibt über Minus Summe von 1 bis n'1 durch I. Das hier sind jeweils harmonische Reihen oder harmonische Summen und dafür ist eine annähernde, geschlossene Formel für bekannt, nämlich sowas wie ln n' bzw. ln n'. Die Differenz ist dann ungefähr 2M mal ln n minus ln n'. Nach Logarithmusgesetz ist das 2M ln n durch n'. Wenn ich jetzt n' gleich n halber einsetze, um eine ähnliche Garantie wie Burufka zu bekommen, steht hier 2M mal ln 2. Das wäre sowas wie 1,4M-Operationen auf Kanten muss ich hier durchführen und man kann das jetzt vergleichen mit Burufka, der irgendwie andere Dinge tut, aber in vielen Fällen deutlich mehr Arbeit leistet. Wir holen uns mal ein Beispiel an, in diesem Graphen mit 4 Knoten. Ich wähle zufällig den Knoten 2, kontrahiere den, das haben wir eben schon gesehen, dann muss ich die 5 ausgeben, diese Kante mit Gewicht 7 Rielinken und wir merken, woher die kommt. Wenn ich jetzt ebenso zufällig den Knoten 1 zur Elimination auswähle, würde ich diese Kante hier identifizieren und ausgeben. und auch kontrahieren, dann entsteht hier 2 parallele Kanten und hier so ein Multigraph mit 2 parallelen Kanten zwischen den Knoten 4 und 3 mit Gewichten 2 bzw. 9. Wenn ich will, kann ich jetzt parallele Kanten eliminieren, indem ich für die jeweils nur das Minimum mir merke. Bevor wir uns nun einfache, praktikable Algorithmen anschauen, die Knotenreduktionen verwenden, möchte ich jetzt sowas wie ein theoretisches Highlight zeigen, nämlich die Komponenten, die wir bisher gesehen haben, Sampling-Basierte Kantenreduktionen sowie Knotenreduktionen mithilfe von Brufka oder diesem Sweeping-Algorithmus sind im Prinzip die Komponenten, die ich benötige, um einen Linearzeitalgorithmus zu entwerfen, und der so für beliebige Graphen mit beliebigen Kantengewichten erwartet lineare Zeit braucht. Und der ist eigentlich recht elegant, aber benutzt halt komplexe Komponenten, sodass er bisher nie wirklich vollständig implementiert wurde. Was man zunächst macht, ist, dass man eine Knotenreduktion um den Faktor 8 macht, also unser Algorithmus würde n' gleich n Achtel wählen, oder man würde dreimal den Brufka laufen lassen. Das geht in linearer Zeit, das haben wir gesehen. Dann wähle ich ein Random Sample von der Hälfte der Kanten. Das geht auch in linearer Zeit. Dann mache ich Rekursion auf diese nur noch halb so große Instanz. Man beachte, ich habe hier durch die Knotenreduktion den Graphen kleiner bezüglich n gemacht, Faktor 8. Die Anzahl Kanten bleibt ungefähr die gleiche. Man kann das aber auch positiv sehen und sagen, naja, ich habe jetzt einen dichteren Graphen, auf dem ich mir das mal zu verwenden, die eben auf dichten Graphen gut sind. Und das ist eben insbesondere dieses Filtern. Nachdem ich also diesen MST oder Minimum Spending Forest für das Sample bestimmt habe, filtere ich Kanten heraus, die mithilfe der Kreiseigenschaft beweisbar nicht benötigt sind. Also ich gehe durch alle verbliebenen Kanten, schaue, welchen Kreis sie mit diesem F schließen und wenn sie die schwerste Kante sind, lasse ich sie weg. Da kann ich jetzt wieder das Sampling Lemma vom Chan verwenden, das mir sagt, dass ich damit die Anzahl Kanten im Expectation auf n Viertel reduziere. Ich habe also danach einen Graphen, der hat noch n Achtel Knoten und n Viertel Kanten. Ich bin also jetzt plötzlich wieder bei einem relativ dünnen Graphen. So, dieses Filtern, das haben Sie nicht gesehen, geht mit linearer Zeit. Wir haben gesehen, wie das mit n log n plus m geht. Tatsächlich kann man aber die Datenstrukturen so verfeinern, dass alles in Linearzeit geht. Die werden dann allerdings komplizierter und der m-Term kriegt einen schlechteren konstanten Faktor. Ja, wäre spannend, wenn sowas mal jemand ernsthaft implementiert. So, genau. Und jetzt mache ich Rekursion auf das, was hier überlebt hat. Ich habe also sowas wie eine doppelte Rekursion. Ich muss zwei MSTs ausrechnen. Diesmal nicht für gleich große Graphen, wie ich das bei dem leichten Algorithmus hatte, mit diesem für sehr dichte Graphen optimierten Ding, sondern zwei verschiedene. Also man kann sich das hier überlegen, wenn tnm, die erwartete Laufzeit für einen Graphen, der größer n Knoten, m Kanten ist, kriege ich hier eine Rekurrenz, die sagt, das ist kleiner gleich tnachtel m halbe für diesen Aufruf hier plus tnachtel n viertel, das ist der hier, plus irgendwas Lineares, konstante mal n plus m. Das ist eine ziemlich hässliche Rekurrenz, von der ich auch nicht wüsste, dass sie in irgendwelchen Formelsammlungen so steht. Man kann allerdings durch vollständige Induktion relativ leicht zeigen, dass eine Lösung davon tnm kleiner gleich 2c n plus m ist. Also insgesamt lineare erwartete Zeit für diesen Algorithmus. Für den Rest dieser Vorlesung möchte ich das Gelernte jetzt anwenden, um externe MST-Algorithmen zu berechnen. Da fangen wir erstmal mit einem sehr einfachen Fall an. Wir nehmen nämlich an, dass der Graph vielleicht sehr viele Kanten hat, aber nicht so, so viele Knoten. Insbesondere, dass ich für jeden im schnellen Speicher halten kann. Und dann brauche ich vielleicht noch zwei Pufferblöcke zum Lesen und Schreiben von Daten. Und der Algorithmus ist erstaunlich trivial. Ich nehme einfach Groß-Karls-Algorithmus. Wenn Sie sich jetzt auch mal 30 Sekunden überlegen, wie Sie das extern machen. Aber ich möchte es jetzt doch auch erklären. Was macht Groß-Karls-Algorithmus? Er sortiert die Kanten nach aufsteigendem Gewicht. Na gut, dafür kennen wir externe Algorithmen. Dann scannt er die Kanten. Ja, das kann man auch gut extern machen. Und für jede Kante muss er in einer Union-Find-Datenstruktur nachschauen, ob sie eine MST-Kante ist. Na gut, wenn wir die Union-Find-Datenstruktur im Hauptspeicher halten können, sind wir fertig. Man nennt solche Algorithmen, die pro Knoten etwas in Daten speichern können, semi-externe Algorithmen. Also halb-externe. Knoten liegen im Hauptspeicher, Kanten liegen auf dem externen Medium. So, und jetzt können Sie sich mal überlegen, warum wir eine getunete Union-Find-Datenstruktur uns angeschaut haben in der letzten Vorlesung. Die brauchen wir nämlich jetzt, um Kruskalts Algorithmus für möglichst große Graphen noch einsetzen zu können. So, setzen wir mal den Theoretiker-Hut auf. Semi-externe Algorithmen sind ein schönes theoretisches Framework zu Entwurf und Analyse von Graphen-Algorithmen. Ist denn Kruskal jetzt der bestdenkbare semi-externe Algorithmus? Da würde ein Theoretiker gleich fragen, oh, ich habe hier Sorting-Komplexität. Geht es denn mit Scanning-Komplexität? Geht es vielleicht sogar so, dass ich jede Kante nur genau einmal lese, ohne sie irgendwie umordnen zu müssen und als Nebeneffekt den MST ausspucke? Die Antwort lautet ja. Und das möchte ich jetzt einmal skizzieren und meine Frage an Sie lautet dann, sich zu überlegen bis zur Übung, warum wir das nicht implementiert haben. Ja? Also, wir müssen jetzt ein bisschen mehr Platz pro Knoten investieren, aber weiterhin nur konstant viele Maschinenwörter. Ja? Was wir dadurch gewinnen ist, dass wir nicht mehr sortieren müssen und dann noch scannen, sondern wir lesen wirklich alles nur genau einmal. M durch B IOs im External-Memory-Modell. Und die Lösung ist erstaunlich simpel. wir haben hier eine Approximation des MST, die am Anfang die triviale Approximation ist. Ich weiß nichts, ja, leere Menge. jetzt gibt's eine Hauptschleife, die lädt jeweils einen konstanten Faktor meines schnellen Speichers voll mit Kanten, die ich noch nicht gesehen habe, in beliebiger Reihenfolge. und benutzt dann einen Internal-Memory-Algorithmus, um den MST der Vereinigung von T und E' also der bisherigen Approximation in den neuen Kanten zu berechnen. Und man kann sich relativ leicht überlegen, dass auf diese Weise alle MST-Kanten gefunden werden. Ich lese alles einmal ein. Die MST-Kanten kann ich ausgeben, von mir aus muss ich die auf Platte schreiben, aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Es gibt dabei eben auch Nachteile, über die Sie vielleicht noch mal nachdenken. Hier sind ein paar Hinweise. Ein weiterer theoretischer Vorteil ist, wir haben ja beim vergleichsbasierten Sortieren interne Arbeit Log N für jede Kante. Jetzt können wir für diesen internen Algorithmus einen Linearzeit-Algorithmus verwenden. Und wenn wir diese linearen Laufzeiten immer wieder summieren, kriegen wir insgesamt einen linearen Aufwand. Auch das ist vielleicht eine interessante Aufgabe, das mal durchzuführen und sich zu überlegen, warum sich das zu der richtigen Komplexität summiert. Zusätzlich um einen besseren Vergleich zwischen diesem Streaming-Algorithmus und dem semi-externen Kruskal zu machen, könnten Sie sich vielleicht die Anzahl die Anzahl IOs ist, die der semi-externe Kruskal durchführt. Tipp, es gibt eine naive Lösung und es gibt eine, die diese Pipelining-Techniken verwendet, die wir für die SDXXL uns schon mal angeschaut hatten und für Varianten von externem Sorting. So, eigentlich war das jetzt nur der Vorgeschmack für einen allgemeinen External Memory MST Algorithmus, weil wir diesen semi-externen Kruskal oder auch den Sweeping Algorithmus oder auch den Streaming Algorithmus verwenden können als Basisfall eines allgemeineren Algorithmus. Die Idee ist ganz einfach zu sagen, naja, wenn ich keinen semi-externen Kruskal verwenden kann, dann baue ich den Graphen doch so um, dass es dann irgendwann der Fall ist. Das heißt, ich benutze einen Knotenreduktionsalgorithmus, um aus einem Graphen mit vielen Knoten und relativ wenigen Kanten einen Graphen mit wenig Knoten zu machen, der pro Knoten viel mehr Kanten hat. Also man macht eigentlich sowas, wie man quetscht dieses breite Rechteck zu einem schmalen Rechteck zusammen, so lange, bis man den semi-externen Großkall verwenden kann. Für externe MST gibt es auch fortgeschrittene theoretische Algorithmen. Insbesondere kann man den Linearzeit Algorithmus, den wir skizziert haben vor ein paar Minuten, in Sorting Komplexität auch extern implementieren. Wir erinnern uns, das ist eine Kombination aus Knotenreduktion und Kantenreduktion. Was wir hier im Endeffekt machen, ist, wir machen nur Knotenreduktion und am Ende einen semi-externen Großkall. Wir haben also was deutlich Einfacheres. Das wird asymptotisch nicht so gut sein, aber ich werde später argumentieren, dass es in der Praxis dann doch die bessere Lösung ist. Unsere Aufgabe ist es also jetzt den Node Reduction Algorithmus im External Memory zu implementieren. Auf den ersten Blick klingt das überhaupt nicht nach einer guten Idee, weil der Welt jeweils zufällige Knoten muss dann deren inzidente Kanten finden und am anderen Ende auch noch irgendwas tun. Das klingt also reichlich nicht External Memory geeignet. Wir werden aber sehen, dass das mit einer ganz interessanten Technik trotzdem funktioniert. Zunächst mal ersetzen wir das iterative zufällige Auswählen durch eine Zufallspermutation der Knoten. Und dann müssen wir durch die Knoten durchsweepen. Deshalb nennt sich das auch Sweep-Line Algorithmus. Das kann man sich so vorstellen, wir haben diese Sweep-Line, wir haben einen aktuellen Knoten, den wir entfernen wollen, alle Knoten davor in der Sweeping-Reihenfolge sind bereits entfernt. Jetzt suche ich die leichteste inzidente Kante, das ist die rote hier, gebe die aus. Jetzt gucke ich mir weitere inzidente Kanten an von U, das wäre zum Beispiel die Kante und die Kante und relinke die, indem ich ihr anderes Ende verbinde mit dem anderen Ende der MST-Kante, die ich gefunden habe. Das heißt, aus der Kante wird diese Kante und aus der Kante wird diese Kante. Ja, damit ist das Identifizieren dieser Kanten erstmal relativ einfach, aber es ist erstmal unklar, wie das Relinking funktionieren soll. Und dafür verwenden wir eine Technik, die in vielen External Memory Graphen Algorithmen verwendet wird. Das nennt sich Time Forward Processing. Das bedeutet im Wesentlichen, dass man halt diese Sweep Line Technik verwendet und dass man Informationen, die sich ändern während dieses Sweeping Algorithmus in einer Priority Queue speichert, die Daten dann mehr oder weniger magisch genau zum richtigen Zeitpunkt ausspuckt, wenn man sie dann wirklich verarbeiten will. Lassen Sie mich das am besten konkret für diese Node Reduction erklären. Wir haben eine Prioritätsliste. Wir wissen ja, wie External Memory Prioritätslisten gehen. Das ist ja fast so effizient wie Sortieren. In der speichern wir 5 Tupel. Schön hässlich, aber ich kann das erklären. Wir speichern genauer gesagt die Kante, bei der die Knotenendpunkte in ihrer permutierten Reihenfolge codiert sind. Wir brauchen das Kantengewicht und wir speichern die ursprünglichen Endpunkte der Kante, weil wir die für die Ausgabe brauchen. Die Priorität innerhalb der Priority Queue entscheidet sich, im Wesentlichen sortieren wir nach Knoten, aber das ist ja eine ungerichtete Kante. Wir wollen Sweepen beginnend mit dem Knoten, mit der höchsten Nummer, deshalb suchen wir nach dem größeren Endpunkt dieser permutierten Kante und sortieren hauptsächlich danach, wenn der größere Endpunkt der gleiche ist, machen wir Tie-Breaking bezüglich Kantengewicht. Das bedeutet, dass wir zu jedem Knoten die erste inzidente Kante, die wir in der Prioritätslicht finden, ist seine leichteste Kante. Wir initialisieren dann diese Priority Queue mit allen Kanten und haben jetzt eine Schleife, in der wir jeweils ein Element aus der Priority Queue löschen. Das ist eine Kante unseres Graphen. Wir merken uns außerdem in Current die aktuell zu kontrahierenden Knoten, den aktuell zu kontrahierenden Knoten. Am Anfang ist das ein Dummy-Wert n plus 1. Ja, wenn Current ungleich dem maximalen Endpunkt der gerade gelöschten Kante ist, heißt das, wir sind auf einen neuen Knoten gestoßen und dann bedeutet das, dass die Kante, die wir gefunden haben, eine leichteste Kante Inzident zu Max UV ist, also eine MST Kante. Wenn außerdem der alte Wert von Current m plus 1 war, haben wir jetzt nur noch M Knoten übrig und sind fertig mit unserer Knoten Reduktion. Sonsten ist das ja der Fall, wo wir eine MST Kante gefunden haben, die wird ausgegeben mitsamt ihrem Gewicht. Wir haben ein neues Current, nämlich Max UV und wir müssen die weiteren Inzidenten Kanten zu Current verbinden mit dem Minimum von UV, das nennen wir Connect. Ja, so. Wenn sich der aktuelle Knoten nicht geändert hat, heißt das, dass es eine Kante, die nicht die leichteste ist und die relinkt werden muss. Und der Trick ist jetzt, das Relinking passiert einfach durch ein Wiedereinfügen der Kante in die Priority Queue. Das Gewicht bleibt das gleiche, die Endpunkte bleiben auch die gleiche, aber das Relinking passiert jetzt, dass wir das statt Max UV Min UV jetzt eine Verbindung haben von Min UV nach Connect. Ja, Connect war der andere Endpunkt der aktuellen MST-Kante. So, die Anzahl Relink-Operationen, die wir pro Knoten durchführen, ist jetzt wieder dieses erwartet 2 M durch I und wir können eine Analyse machen, die analog ist zu der Analyse, die wir schon hatten und kriegen dann raus, dass wir sowas wie O von M LN N durch M IOS brauchen. N durch M ist M, die wir berechnen, das M, weil wir die Kanten angucken, das 10 ist im Prinzip das Produkt aus 5, die Anzahl Maschinenwörter in dem Tupel und 2, das kommt daher, dass wir in dieser Analyse hier einen erwarteten Grad von 2 M durch I hatten. So, das Ganze ist ganz elegant, einigermaßen IO-Effizient, Priority Queues sind ja gar nicht schlecht, aber wenn wir das implementieren, sehen wir, dass das massiv compute bound ist. Selbst mit einer Platte ist hier schon ziemlich viel zu machen. Deshalb haben wir für die Implementierung nicht unsere allgemeine External Memory oder Cache effiziente Priority Queue implementiert, sondern eine External Memory Priority Queue mit einer begrenzten Anzahl Elemente, im Prinzip sowas, wo wir nur zwei Gruppen haben würden in der Sequence Heap External Memory Priority Queue und wir benutzen ganzzahlige Schlüssel. Das ist insofern ein bisschen ein Problem, weil unsere Prioritäten hier ja die lexikografische Reihenfolge einer Knoten-ID und eines Kantengewichts ist, also wir haben sogar recht lange Schlüssel. Wir schmeißen einfach die Sortierung nach dem Kantengewicht weg. Wir verzichten darauf, die leichteste inzidente Kante zuerst zu sehen. Dann haben wir im Prinzip einen kleinen ganzzahlige Schlüssel und können das mit viel weniger Arbeit beherrschen. Außerdem haben die eine recht gleichmäßige Verteilung. Das sind eben einfach Schlüssel zwischen Null und N, die alle wirklich genau einmal vorkommen, beziehungsweise jede Komfort und wie oft sie vorkommen, ist halt der Grad des Knotens im Wesentlichen. Wir teilen jetzt diesen Range von 1 bis N in K gleich Theta M durch B Stücke aus N durch K Knoten und machen dann so eine Bucket Priority Queue. Also wir teilen fix den Schlüsselbereich von 1 bis N in Buckets der Größe N durch K. Mit der Ausnahme, dass es noch einen allerletzten Bucket gibt, der ein bisschen größer sein kann. Der ist nicht M durch B groß, sondern M groß. Das ist unser semiexterner Bucket. Den handhaben wir etwas anders. Und jetzt haben wir unseren Sweeplein Algorithmus. Der sweep teilt ganz grobkörnig über diese externen Buckets und innerhalb eines externen Buckets muss er dann eben über die Knoten in dem Bucket sweepen. Was wir dafür machen ist, dass wir sobald wir einen neuen externen Bucket anbrechen, dessen Knoten in einer Internal Memory Datenstruktur wieder in kleine interne Buckets aufspalten, ein Bucket für jeden Knoten. Das heißt, da machen wir dann so etwas wie Bucketsort innerhalb des externen Buckets. Und wenn wir in einen externen Bucket einfügen, haben wir einen Einfüge Puffer, der uns das erlaubt, da effizient einzufügen. Was dann passiert ist, dass wenn man jetzt einen internen Bucket, also den Bucket für einen Knoten neu anschaut, da steht eine verkettete Liste der Kanten in dem Bucket drin. Ich weiß nichts über die Reihenfolge bezüglich des Gewichts, deshalb muss ich ihn jetzt zweimal scannen, einmal um das Minimum zu bestimmen und einmal um die Relink Operation durchzuführen. Aber da das im Internal Memory stattfindet, ist das nicht so teuer. So, damit die Analyse dann funktioniert, müssen wir noch einen kleinen Spezial-Trick machen. Es wäre jetzt zumindest theoretisch denkbar, dass ich Knoten habe, die einen so hohen Grad haben, dass der Internal Bucket gar nicht in den Hauptspeicher passt. Und dann habe ich ein Problem und das kann ich aber weg argumentieren, indem ich sage, diese Knoten, die da nicht in den Hauptspeicher passen, die schiebe ich einfach zusätzlich in diesen semi-externen Bucket. Das sind also nicht nur die Knoten mit dem kleinsten Index, sondern zusätzlich die Knoten mit besonders hohem Grad. Und das kann ich auch online machen, also ich muss nichts darüber wissen, wie groß die Knoten gerade sind. Sobald mir das auffällt, schiebe ich es da einfach rüber. So, das haben wir experimentell evaluiert für so eine Maschine vom Anfang des Jahrtausends, die ich bereits für das externe Sortieren verwendet hatte. Gestrichelt eingezeichnet sind hier Teile der Maschine, die wir gar nicht benutzt haben, weil es schon mit vier parallelen Platten das Ganze Compute bound war. Und das trotz unserer Integer Priority Queue Optimierung und so weiter. Für die Instanzen haben wir uns damals noch auf die zufälligen Instanzen aus dieser Uralt-Studie von Moree und Shapiro verlassen und haben da halt mal geguckt, was gibt es denn da für Instanzen. Das sind zunächst mal Random Graphs und zwar ziemlich dünne Random Graphs, also Anzahl Kanten gleich O von Anzahl Knoten, dann diese Random Geometric Graphs, die wir auch schon gesehen haben und Grids, also einfach regelmäßige 2D-Gitter. Das hier ist insofern interessant, als diese Grids sind eben planare Graphen und da weiß man, dass wenn ich Kanten kontrahiere, bleiben das planare Graphen und man weiß außerdem, dass die Anzahl Kanten immer linear ist in der Anzahl Knoten. Das heißt, zumindest wenn ich in der Lage bin, parallele Kanten zu beseitigen oder reduzieren in meiner Implementierung bleibt der Graph dünn, während in einer allgemeinen Knotenreduktion ich immer dickeren Graphen kriege. Es gibt schon erste Hinweise, dass man Grid-Graphen zumindest vielleicht effizienter bearbeiten kann als allgemeine Graphen. Es gibt noch weitere Instanzen in Moray Shapiro, das sind aber sehr dichte Graphen, bei denen man dann einfach den semi-externen Kruskal einsetzen könnte, oder es sind Graphen, die entworfen wurden, ganz spezifische Algorithmen in schlechte Fälle zu zwingen, wobei unseren externen Algorithmen hier aber klar ist, dass diese Fälle da nicht relativ sind. So, wir schauen uns jetzt externe und interne Algorithmen an, vergleichen die. Ich fange mal an mit sehr dünnen Graphen m ungefähr 2n auf der x-Achse haben wir logarithmisch aufgetragen die Anzahl Kanten in Millionen auf der y-Achse die Zeit pro Kante in Mikrosekunden so und wir haben jetzt im linken Bereich vergleichen wir den Kruskal Algorithmus und den Prim Algorithmus das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen für diese sehr dünnen Graphen ist der Kruskal in dem Fall etwa zweimal so schnell wie der Janik Prim die Laufzeit ist eben zum Beispiel Janik Prim 2 Mikrosekunden pro Kante und hier 1,5 oder sowas 1,3 für den Kruskal für den rechten Bereich ist jetzt da wo External Memory Computing interessant wird da haben wir jetzt unseren externen Algorithmus und zwar für drei verschiedene Instanzen bei den internen Algorithmen unterscheiden sich die Instanzen nicht stark ich glaube das ist dann für den Random Graph dargestellt die wären aber sehr nah daran wenn ich das noch für alle Instanzen machen würde so für die großen Instanzen habe ich drei verschiedene Instanzen Random Graphs Random Geometric Graphs und Grid Graphs zwischen 80 Millionen und 320 Millionen Kanten kann ich direkt den semi externen Algorithmus verwenden und was hier ganz interessant zu sehen ist dass der Overhead zu einem internen Großskull nur etwa ein Faktor zwei ist das ist also schon ein sehr ermutigendes Ergebnis dass man halt der Overhead für externe Algorithmen wenn man das Ganze effizient implementiert nicht völlig astronomisch ist und das hätte man eigentlich denken sollen wenn man sich andere Theoriepapiere zu external MSTs zu dem Zeitpunkt angeschaut hätte so wenn die Eingabe noch größer ist als 320 Millionen Kanten war auf dieser Maschine die ja nur etwa einen Gigabyte RAM hatte der semi externe Algorithmus nicht mehr direkt anwendbar und man kriegt einen Sprung zu größeren Laufzeiten der allerdings wieder nur so was wie ein Faktor 2 ist und danach unterscheidet sich das Ganze spannenderweise nach der Instanz für Zufallsgrafen geht die Zeit weiter rauf und darin spiegelt sich im Endeffekt dieser Faktor ln m durch n den wir haben ja das Verhältnis zwischen Anzahl das Verhältnis zwischen der Anzahl Kanten und der Anzahl Knoten und der Hauptspeichergröße wird immer größer der Logarithmus davon ist ein Faktor in der IO Schranke die wir bewiesen haben ja deshalb ist es verständlich dass das hier hoch geht interessanterweise ist das nicht der Fall für Grid Graphen oder Geometric Graphen bei Grid Graphen hatte ich das im Endeffekt schon vorhergesagt ich muss eben nicht immer wieder durch alle Kanten durch Sweepen sondern man kann beweisen dass wenn man parallele Kanten entfernt die Gesamtzahl Relink Operationen linear bleibt und da ich hier ja nummiere durch M ist es verständlich dass ich hier eine horizontale Kurve kriege dass das hier sogar leicht runter geht sind wahrscheinlich Lower Order Terms die uns hier jetzt nicht weiter interessieren sollten was interessant ist ist dass wir den gleichen Effekt wie bei Grid Graphen auch bei den Random Geometric Graphen sehen das sind im Allgemeinen keine Planaren Graphen aber wir sehen dass sie sich eigentlich ähnlich verhalten wir haben ebenfalls nur eine lineare Anzahl von Relink Operationen und das wäre auch eine interessante theoretische Frage ob man sowas vielleicht beweisen kann so das haben wir jetzt fortgesetzt für etwas dichtere Graphen also jetzt eine ähnliche Messung mit m ungefähr 4n Grids kann ich jetzt nicht mehr nehmen weil die Hardwired 2n Kanten haben ansonsten sehe ich was ähnliches also nähern sich jetzt bei den internen Algorithmen Kruskal und Prim einander an bei den externen Algorithmen ist der Umschalt Zeitpunkt wann ich das erste Mal nicht semi externen Kruskal machen kann später das ist in gewisser Weise eine gute Nachricht aber dann sind qualitativ die Ergebnisse ähnlich die Random Graphs gehen immer weiter rauf während die Geometrik Graphs scheinbar nur eine lineare Anzahl von Relabel Operationen brauchen für 8N ist das noch extremer hier ist es jetzt so dass bei den internen Algorithmen tatsächlich der Prim den Kruskal überholt hatte und wir haben nur in der allergrößten Eingabe tatsächlich den echten allgemeinen Fall fassen wir mal zusammen was wir in dieser Vorlesung und der letzten gelernt haben über Algorithmen für minimale Spannbäume wir konnten zeigen dass Kantenreduktions Algorithmen hilfreich sind im Average Case für den Kruskal Algorithmus und sogar im Worst Case zumindest wenn der Graph sehr dicht ist wir haben einen einfachen schnellen Knotenreduktions Algorithmus gefunden mit diesem Sweeping Algorithmus was ich Ihnen nicht vorgeführt habe wenn man den mit anderen Algorithmen vergleicht braucht etwa einen Faktor 4 weniger IOs das war eine ganz interessante Übung weil die Papiere mit denen wir uns damals verglichen haben wohl weichslich auf eine genaue Analyse des konstanten Faktors ihres Verfahrens verzichten und wir hatten dann in der Analyse mehr Arbeit damit die Konkurrenz auseinander zu klamüsern als unser Verfahren zu analysieren aber das Ergebnis war dann halt interessant man konnte nachweisen dass die ganzen anderen Algorithmen für eine Knotenreduktion Faktor 4 mehr aufwenden wir haben das dann eingesetzt im Rahmen eines nicht asymptotisch optimalen Algorithmus konnten aber eben trotzdem gerade für dünne Graphen sehr große Verbesserungen beobachten wir haben einen verfeinerten semi-externen Minimum Spanning Tree Algorithmus gebaut und den als Base Case unseres allgemeinen Algorithmus verwendet was ich hier nicht vorgeführt habe diese Zufalls Permutationen die kann man sehr effizient ohne IOs implementieren wir haben alles insgesamt effizient implementiert und waren damals die ersten die überhaupt irgendwelche interessanten Graph-Algorithmen auf Eingaben mit Milliarden von Knoten durchführen konnten und das Ganze auf einer ziemlich billigen Maschine wo andere sich mit Super-Rechnern versucht hatten und wir konnten halt zeigen dass die Berechnung von MSTs auf sehr großen Graphen mittels External-Memory Algorithmen durchaus praktikabel ist wieder gibt es aber auch eine ganze Menge Dinge die man sich noch anschauen könnte oder sollte insbesondere müsste man heutzutage natürlich einen Vergleich mit Filter Kruskal verbesserten Varianten von Janik und so weiter machen das in die externen Algorithmen dann auch nachführen man würde gerne große realistische Eingaben betrachten da gibt es heute viel mehr Möglichkeiten als damals man müsste natürlich auch viel größere Graphen betrachten weil vier Milliarden Knoten passt heutzutage in den Hauptspeicher es wäre schön sich mal einen praktischen Linearzeit Algorithmus anzugucken es gibt da eine etwas verbesserte Variante von Hagerup die aber glaube ich auch noch nicht implementiert wurde und man könnte diesen ich sage mal Success Story eines externen Graphen Algorithmen fortsetzen für weitere graphtheoretische Probleme heutzutage wahrscheinlich auch nicht nur sequenziell sondern eben parallel external so zum Schluss noch einen kleinen Blick über den Tellerrand was macht meine Arbeitsgruppe bezüglich Algorithmen Engineering auf Graphen wir befassen uns sehr intensiv mit parallelen Algorithmen dazu halt die entsprechende Vorlesung im Wintersemester auch wir schauen uns Graph Partitionierung an Christian Schulz hat mit seinem K-HIP System darüber promoviert Jaroslafer Kremcev hat das parallelisiert und jetzt seit Neuestem ist der Daniel Seemeyer in meiner Arbeitsgruppe der da weitere Verbesserungen finden wird bin ich recht zuversichtlich Sebastian Schlag und seit Neuestem Tobias Heuer schauen sich Hypergraph Partitionierung an insbesondere das K-Hyper System war da sehr sehr erfolgreich wir schauen uns Graph Generatoren an Routen Planungs Algorithmen Sebastian Lamm macht gerade Zusammenhang Komponenten das ist alles Richtung große Graphen Basic Toolbox wir schauen uns aber auch NP-Harte Probleme an zum Beispiel Independent Sets Demian Hespe und Sebastian Lamm in meiner Arbeitsgruppe Arbeiten daran zum Beispiel